So, ja, heute werde ich Weltmeister. Ihr schaut Feuerweitz und ich bin euer Toxic. Ja, ich bin in meinem persönlich liebsten Spiel auf der Quest, nämlich Thrill of the Fight und ich quassle gar nicht großartig, ich bin immer noch auf Easy und es können nicht mehr viele sein bis zum Weltmeistertitel und da ist er, nein, nicht der Weltmeister, aber der Nächste und zwar Matteo Vega. Ich bin gespannt und ab dafür. So, Runde eins von vier, ich habe sehr viele Zuschauer mittlerweile, ich lerne immer mehr, ja, ich bin auf dem Weg zum Weltmeister und ich gehe mal einen Schritt zurück. So, okay, und ab dafür, komm her, du. So, komm her, komm her, komm her. So, mal ein bisschen jetzt den Puster und ein bisschen halten. Ich kann mir nochmal einen Touch-Controller fast kaputt kauen. So, komm her. So. So. Leute, ihr habt das gesehen, erste Runde und sofort rein ins Gesicht. So muss das. Jawohl. Komm her, hau doch. So. So. So, geht das und nicht anders. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erzähl ihn doch aus, den Vogel da, ehrlich. Komm her. Guckt schon ein bisschen össrig. Komm her. Komm her. Komm her. Ball er links rum. Hey. Was, was imisit. Leute, das ging schnell. Meine Damen und Herren, mit dem Match endet in der ersten Runde, der Winner bei technischem Knack-Out, der Red Corner. Okay, geschafft. So, ich weiß nicht, ist das der Weltmeister? Ich meine ja, irgendwas mit weißen Haaren und so. Ja, World Champion, Manni. Okay, den kloppen wir jetzt um und dann bin ich Weltmeister. Bin ich gespannt. So, auf zum Weltmeister-Titel. Ja, schön in Gold, der Typ. Immer. So, Leute. Hier, der zukünftige Weltmeister. Okay, auf easy. Ich geb's zu, aber... Bin gespannt. Okay, das ist ein bisschen größer. So. Komm, hau doch. Schlag zu, du. Okay. So. 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 So geht das. Du nennst dich Weltmeister. Du nennst dich Weltmeister. Du bist gar nichts, Kollege. So. Komm her. So. So. Ich bin gut drauf, ne? So. So, schön. Ok, ich bin gut drauf, Französchen. Finde lasst mich über coordinates. Oh, jetzt hat er ihn lang gefangen. So, das war's. Dreimal runter, niedergesangen. Weltmeister. So geht das. Ja, Weltmeister. Gut, da gibt's jetzt für keinen Gürtel oder sonst irgendwas. Da spart das Spiel so ein bisschen mit, ja, wie sagt man, bisschen auf die Kacke hohen hier und so. Da kommt dann nichts mehr, okay. Ja, bin ich durch. Ja, wie versprochen. Fange ich natürlich vorne wieder an. Mit normal, okay. Ab dafür. So, jetzt fange ich wieder im Keller an und bin gespannt, was sich dazu ändert. Mach mal. Okay. Okay. Ah, hab ich. Okay. Okay. Ja, komm. Eben. Ja, ich bin gut drauf. Wie. So. Wie. 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 Ich merke das heute. Aber ich bin schon ganz schön nach Pumpen, Leute. Hau doch mal. So, der war voll in die Magen ging. Das habe ich vorher noch nicht geschafft. So. Das ist Pause. Das war schon. Ladies and gentlemen, going to the scorecards, the judges have determined by unanimous decision. Oder, Chef? Your winner is the red corner. Genau. Wieder gewonnen. Hey. Exit. Gut. Kurzes Spiel. Kurzes Let's Play. Das war schon. Reicht. Ich bin am Pumpen. Ja, das war jetzt auf normal. Und es reicht mir. Dann machen wir demnächst bei Alexey Petrov wieder weiter auf normal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie ich da unten ankomme irgendwann mal. Und, äh, ich bin, wie gesagt, am Pumpen 3 auf einmal niedergemacht. Ich bin Weltmeister auf Easy. Und ich hoffe, ich bin Weltmeister in. Na mal. Ja, danke fürs Zuschauen. Wie immer. Und, äh, lass mir ein Däumchen da. Und ein Abo und so weiter. Würde mich echt freuen. Bis die Tage. Und ja, doch, said bye.